3, 2, 1, GO! viel zu spät gecheckt, tja, so ist das Leben, man muss halt mit dem Tiefen erleiden, reden wir auch nicht lange um den heißen Brei, äh, ich wollte einfach nur sagen, äh, ich wollte einfach mal nur erklären, warum am Dienstag kein Video kam, das liegt eigentlich, ähm, daran, dass ich jetzt eigentlich nur jede zweite Woche Videos machen will, am Dienstag und am Freitag, der Grund dafür ist, dass ich in letzter Zeit ziemlich viel beschäftigt bin, ähm, nicht nur mit den alltäglichen Dingen, sondern auch mit den Videos, das liegt zum Beispiel daran, dass ich die Videos nur am Abend hochladen kann, da ich das aufnehmen und das schneiden am selben Tag machen muss, weil die Videos dann eigentlich immer zu spät kommen, und dann dauert es am Abend immer so lange, weil da so viele, äh, weil der Server von meinem Anbieter dann immer ausgelastet ist, weil da halt so viele On sind, und untertags geht das meist nicht, da ich spät aus der Schule komme, ähm, nicht nur, und nicht nur das, ähm, es liegt auch daran, dass ich jetzt nicht mehr hauptsächlich Let's Place mache, äh, sondern nur so neben, ähm, also hauptsächlich schon, aber nicht nur Let's Plays, sondern auch andere Videos machen möchte, wie zum Beispiel Sketches, Poops und das Ganze, und, und diese, und diese Nicht-Let's Play Videos, die benötigen auch halt mehr Zeit, und wenn ich mich auch ein bisschen denen widmen will, dann muss man halt auch dem bisschen Zeit geben, deswegen kommt halt nur jede zweite Woche ein Video, und so ist es nun mal. Ja, was soll ich dazu noch sagen, also ab jetzt noch jede zweite Woche, dafür allerdings auch nicht nur Let's Plays, sondern auch coolere Videos, ähm, okay, cooler, das müsst ihr entscheiden, allerdings, ähm, würde ich jetzt mal, ähm, einfach sagen, das war's, ihr könnt euch noch mein Gameplay fertig angucken, bis ich abgebrochen habe, ähm, allerdings, ja, wir, ähm, sehen uns das nächste Mal wieder, ähm, 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 Dienstag, dieses nächsten, den kommenden Dienstag wird dann wieder, äh, ist dann wieder die Woche, wo aufgenommen wird, also wir sehen uns dann, tschüss. , und, 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 , 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 und, 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 , und, 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 und Bis zum nächsten Mal. 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 Bis zum nächsten Mal.